Okay, dieses Spiel heißt, wer das Schwert zieht, der wird König werden. Wenn du es schaffst, dieses Schwert zu ziehen, wirst du zum König gekrönt. Aber momentan bist du es noch nicht. Und das ist unser Ziel des Videos. Wir wollen das Schwert ziehen. Können wir es schaffen? Was denkst du? Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Wenn du nicht unkostabonniert bist, dann wirst du das Schwert nicht ziehen, sondern das Schwert wird dich ziehen. Leute, ich habe mir noch nie was ausgedacht. Ich schwöre. Du wirst im Rom da, ansonsten kriege ich Schmerzen. In meinem linken Zeh. Das willst du mir nicht antun. Okay, dann lass uns beginnen. Online, Offline. What? Ich will Offline spielen. Ich bin alleine. Ich brauche keine Freunde, die mir helfen. Oh, ist es das? Okay, dann würde ich sagen... Oh, Scheiße. Oh, ja? Oh, Scheiße. Oh, Gott. Ja, ah. Das bewegt sich nicht. Junge, wie soll ich... Oh mein Gott, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wie soll ich das rausbekommen? Es bewegt sich halt wortwörtlich gar nicht. Na los, na los. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich habe es reinge... Ah, ich habe es ja reingesteckt. Oh, Gott. Wie... Muss ich jetzt die ganze Zeit hier stehen bleiben? Ja gut, jetzt funktioniert gar nichts mehr. Oh, warte. Geht es raus? Oder... Ich glaube, es geht raus. Ich glaube, es geht raus. Aber es geht dann wieder rein. Oh mein Gott. Ernsthaft, Bro. Hier, das habe ich abbrechen. Hier geht es wieder rein. Was heißt, wenn man es rausziehen darf, die Maus? Wirklich nicht. Gott. Sie darf halt nicht ausdrücken nach links oder rechts. Aber es geht langsam. Aber halt nur so ganz, ganz langsam, ne? Ja, es funktioniert. Oh, Gott. Was schlägt... Oh! Das meinst du nicht ernst, oder? Die Frage ist gerade, ist das das Weiteste? Das weiß ich doch nicht. Oh, wenn ich einmal ausdrutsche. Das Ding ist, ich muss halt anhalten und meine Maus dann anheben. Und da passieren die größten Fehler. Aber wenn ich es halt langsam mache, dann geht es eigentlich. Also da passt es. Aber ich muss es halt wirklich langsam machen. Oh mein Gott. Ich höre... Ich höre einen Sound. Und... Also wenn es jetzt runterfällt, wäre es echt ärgerlich. Das kannst du mir nicht antun spielen, bitte. Du weißt, ich brauche den Sieg. Ich brauche das Schwert. Es war schon immer mein größter Traum, ein König zu sein. Ich hätte die Auswahl. Ich könnte entscheiden, welche die Prinzessin sein sollen. Und jeder will die Prinzessin werden. Also hätte ich die Auswahl zwischen jeder. Also... Naja, ich wollte es erwähnen. Das ist auch ein Vorteil, auf jeden Fall. Und das ganze Essen, was ich bekommen werde... Oh Gott, das ist viel. Sehr viel. Dazu werde ich natürlich nicht Nein sagen. Nur du musst mir einen Gefallen tun. Und das Schwert rausziehen. Ich weiß, es dauert eine Zeit lang. Das war knapp. Es dauert eine Zeit lang, aber... Wenn du fest dran glaubst, dann... Kann es eigentlich gar nicht mehr schief gehen. Ich glaube, die haben das Schwert Excalibur genannt. Ja, definitiv. Wir sind so weit, Leute. Ich glaube es dort nicht. Oh mein Gott, die Musik wird auch immer intensiver. Also wenn es jetzt reinfällt, dann... Weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich würde weinen. Komm schon, komm schon. Ich sehe die Spitze halt noch nicht. Das ist das Problem. Aber wir dürfen jetzt nicht zu geizig werden. Oder so schnell machen. Ansonsten werden wir es bereuen, Leute. Okay, wir kommen näher. Wir kommen näher. Let's go. Oh mein Gott. Das könnte jeden Moment passieren. Leute, der Moment ist eigentlich gekommen. Dafür lebe ich. Dafür habe ich jetzt gelebt. Nur deswegen habe ich YouTube begonnen. Um dieses Spiel zu spielen. Um zu hoffen, dass es rauskommen wird. Oh mein Gott. Ich sage euch eine Sache. Wenn es jetzt reinfallen würde, ne? Dann wäre das echt frustrierend. Ich weiß nicht mehr, ob es noch weitergeht. Aber ich hoffe immer ganz stark, ja. Oh mein Gott, was geschieht hier gerade? Ich glaube, wir ziehen immer noch. Aber ich sehe keinen Unterschied mehr. Es sieht alles gleich aus ab jetzt. Meine Schulter tut weh. Wieso tut meine Schulter weh? Oh Gott. Oh. Ich habe ihn gesehen. Da war jemand. Einer auf den. Oh mein Gott. Ernsthaft, Bro, nochmal. Oh Gott. Okay, irgendwann habe ich jetzt einen weiteren Radius. Weil ich habe einen Griff angefasst. Deswegen. Seht ihr das? Du kannst nicht runterfallen, hoffe ich mal. Oder unwahrscheinlicher. Ja, jetzt ist besser. Viel besser. Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. So ist es jetzt nicht. Oh mein Gott. Ich sollte darauf achten. Aber das sollte möglich sein, Leute. Ist okay. Wir schaffen das. Könnte noch ein paar Jahre dauern. Ich darf nicht vergessen, was auf dem Spiel steht. Ich freue mich gerade, wenn der Typ war, der mich beobachtet hat, ehrlich gesagt. Davon habe ich leider keine Ahnung. Er hat mich gest... Oh! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das kann nicht wahr sein. Egal, wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir machen weiter. Und was machst du so in deiner Freizeit, wenn du... Wenn du nicht gerade das Video schaust? Weil das ist meine Hauptbeschäftigung. So, das mache ich eigentlich jeden Tag. Mhm. Ich werde mir diesmal wirklich lange Zeit lassen jetzt. Ich habe auch so sehr losgelassen. Mein Finger. Mein Finger hat auch so sehr losgelassen. Wie kann das passieren? Und auf ein neues. Also im letzten Spiel brauchst du auf jeden Fall Geduld. Ansonsten bist du hier falsch, würde ich sagen. Okay. Ich halte das nicht mehr aus. Jetzt voller Konzentration. Kein Spaß mehr. Wow, so geht es voll schnell. Wenn ich die Maus wirklich auf meinem Mauspad von unten nach oben bewege, geht es voll schnell. Ja, das ist echt weit gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich schon so weit war. Ich glaube nicht. Ja, vielleicht doch. Ich war schon so weit und dann bin ich ausgelassen. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich gebe nicht auf. Ich weiß nicht, wie weit wir sind. Meine Schulter tut weh. Wie so... Oh mein Gott. Junge, es anstrengend. Ey, meine Schulter tut das so weh. Alter, diese Schmerzen. Pause. Pause. Aber wir müssen weitermachen. Eigentlich ist gar keine Zeit für eine Pause. Die Musik geht wieder voll ab. Das heißt, wir sind irgendwie wahrscheinlich sogar nah dran. Also wenn es jetzt runterfällt, wäre es echt ärgerlich. Bin ich ganz ehrlich. Junge, wie lange denn noch? Wollte mich auf den Arm nehmen. Arm, versteht ihr? Wegen Schulterschmerzen. Oh. Okay, also ich glaube... Oh, was stimmt damit nicht? Oh, meine verdammte Schulter. Oh, ich verstehe ich stehen, Alter. Weil ich bitte voll erschöpft. Okay, auf ein neues. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, wenn ich es so schnell mache. Okay, also ich darf nicht so schnell sein. Okay. Wieso? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn falsch gemacht? Du hast vorhin ja sogar fast geschafft, ne? Ich glaube, wir waren sehr knapp dann. Oh, wieso? Wieso passiert das denn? Oh, wie weit? Oh, hör auf. Das Ding ist, manchmal lasse ich aus Versehen von meinem Mausbutton los. Das ist das Problem. Ich halte das so hart an meinem Maus fest, ne? Wie ich an meinem... Was habe ich vor zu sagen? Oha, oha. Oha, oha. Okay. Was mache ich falsch? Ich mache das mit zwei Händen jetzt ohne Scheiß. Mit zwei Händen, Leute. Damit ich sicher gehe, dass ich nicht loslasse. Wahrscheinlich wollten die das mit zwei Händen machen. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Ich verstehe nicht, wieso. Ich gebe ja nicht auf, Leute. Auch wenn es morgens früh dauert. Ich brauche keinen Schlaf. Ich lege das hin, hundertprozentig. Ich glaube, es ist wegen dem Shake tatsächlich, ja. Es ist eher wegen dem Shake. Ich mache das jetzt einfach schnell. Aber so richtig schnell. Boah, so geht es ja viel schneller. Ja, gut. Aber dann fähle ich auch wahrscheinlich, ja. Ich habe keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Ich habe die DPI in meine Maus erhöht. Die DPI. Also, ich habe so einen Knopf. Dadurch ist die Empfindlichkeit so richtig hoch. Aber ziehe ich mal rein. Oh, warte. Warte. Oh mein Gott. Ja, okay. Jetzt haben wir noch ein Problem. Ich mache das jetzt so. Ich habe keine Geduld mehr, um es anders zu machen. Scheiße. Tja, Spiel. Damit könnte ich fortwürdig den Weltrekord aufbauen. Mit dem Maustrick. Aha. Es wird immer aus. Hä, was ist denn jetzt geschehen? Bro, wenn ich wüsste, was da passiert ist. Wieso? Hä, was ist denn jetzt passiert? Ich check das einfach nicht. Wie lange ist der denn? What the frick? Oh mein Gott, ich habe Schmerzen. Überall Schmerzen. Danke. Endlich. Endlich. Wenn ich verliebte, können ich. Yes. Ich kann nicht, Leute. Ich habe mich so konzentriert bei der Schule, tut so weh. Aber wir haben es geschafft, okay. Okay, führen die mich jetzt? Oh mein Gott. Yes. Mein König gleich. Jahrelang haben sie nach dem König gesucht und endlich haben sie ihn gefunden. Ich bin es. Ich bin es der, der es am meisten verdient hat. Das ist richtig, meine Soldaten. Oh mein Gott. Ey, das hat eine Stunde gedauert. Fast eine Stunde hat es gedauert. Oh mein Gott. Danke, danke, Leute. Danke. Ich meine, ich schätze, ich liebe euch auch. Alles. Wir sind die Besten. Oh wow. Das waren alles meine Fans, Leute. Hey, Rick und Ada. Hi. Na? Alles klar bei euch? Ja, bei mir auch. Ah, jahrelang hat es gedauert. Jahrelang. Niemand hat es geschafft. Niemand. Ich aber schon. Und da ist der König. Ey, hätte ich an dieser Stelle verkackt nicht, wäre ich nicht sauer gewesen. Okay. Ich bin es mal nicht schon. Okay. Okay. What? Was tun sie mit ihm? Wieso tut sie das? What? Okay. Oh mein Gott, so viele Leute. Danke sehr. Danke sehr. Yes. Haha. Oh mein Gott, wie episch. Ich bin so stolz. Oh mein Gott, ich wusste es, Leute. Auf dem Moment war es die ganze Arbeit wert. Josefine. Dein Haar ist wunderschön. Küsst mich. Josefine. Oh, Josefine. Wow. Danke, Leute. Oh mein Gott. Ab auf ins Schlafzimmer. Darauf wir hingehören. Den ganzen Tag noch im Schlafzimmer. Josefine und ich. Oh mein Gott, okay. Zum Glück haben die mich aufgefangen. Wow. Äh, okay. Das ist interessant. Okay, passiert doch was oder kann ich... Alles klar. Das war's für das Video. Das war ein Haufen Arbeit. Vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen. Und kurz zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, falls du abonniert hast. Und bis zum nächsten Video. Bye. Mit dem Trag-Rief-An status. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bang.